Im heutigen Video soll es darum gehen, wie ihr ganz einfach mehrere Bilder in eurer Instagram-Story posten könnt. Das Ganze ist super, super einfach. Und zwar gehen wir dafür einmal oben bei unserem Profilbild auf das Plus und anschließend in deiner Story posten. So, jetzt wählen wir hier unser Bild aus, was wir gerne haben möchten, zum Beispiel dieses hier. Und dann sagen wir einfach so, das Bild wollen wir jetzt gerne so haben. Und nun gehen wir einmal in unsere Galerie. Gehen hier einmal, zack, auf Fotos und kommen nun hier hin. Und hier wählen wir jetzt unser zweites Bild aus. Ich nehme jetzt einfach mal dieses hier, so, und können dann hier auf Kopieren drücken. Zack, gehen dann wieder auf Instagram und anschließend auf Text und können dann jetzt hier einmal kurz gedrückt halten. So, und dann kommt hier Einsetzen. Zack, drücken auf Einsetzen und haben dann jetzt hier unser zweites Foto, was wir machen können. Und das können wir jetzt im Prinzip genau mit dem dritten Foto so machen und so weiter und so fort. Und die können wir jetzt ganz einfach verschieben. Ich hoffe auf jeden Fall, ich konnte euch mit diesem Trick hier ein bisschen weiterhelfen. Ebenfalls ja, sehr gerne ein Like und ein Abo da lassen. Würde mich auf jeden Fall extrem freuen. Und dann bis zum nächsten Mal.